Hallo meine lieben Freunde Wie ihr seht geht es weiter mit Arndt Charlotte 4 Wir sind in Überlebens-Slow-Modus und machen direkt weiter mit der nächsten Runde Mit dabei ist wieder der Lucius und meine Wenigkeit mini AFG Hallihallo So, ich hab irgendwie Lust auf Salim Weil der ein cooler Typ ist Und wen nimmt Luca? Ja gut, ich kann auf den knackigen Hintern von Eleanor nicht verzichten Alter, wann wirst du's sein lassen mit ihr? Viele favorisieren ja Chloe Ich hatte dich auch, ich hatte zwei Ah ja, warum? Was warum? Ja Ja, da wurde sie richtig schön in die Szene gesetzt Und hier ist sie nur noch Vergangenheit Alter So wie Drake hast du dich auch für Elena entschieden Ah ja, sie war immer lustig da Ja geil, jetzt kommt natürlich unsere liebste Welle Wo wir die Schätze aufsammeln müssen Jaaaa 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 Mach mal Elena Ey, ich komm schon jetzt her Natürlich Oh, Drake Die Leute gehen hier auf die Seite Boah, ich hab mich so... Das ist ein bisschen Schaden, den wir auf einmal drücken Oh Oh Guck mal Ich bin schon braun, Mann 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 Ich kann nicht Ich bin schon braun, ich bin schon braun Ich bin schon braun, Mann Ich bin schon braun, Mann Wir haben einfach viele Frauen und uns War gefocust Nein, warum hab ich den jetzt nicht bekommen? Was ist das denn? Scheiße Aber... Mieseste... ...Wälder aller Zeiten Echt Was ist so? Tommen Oh, die AUG Ist echt heftig Oge Call of Duty Auch hier. Welchen Call of Duty? Das muss ich ja präzivieren. Kann sich sein. Das letzte Call of Duty in meiner Augen. Oh, ouch! Stop, meine Munition! Meine Munition. Die letzte Dame doch wohl gefolgt, oder nicht? Zeige es, sie sind scheiße! Okay. Ey, was soll das jetzt hier? Die Enter-Karten funktionieren nicht. Wow. Oh. Schmerz. Oh, die sind die 90? Die 90? Oh, was ist denn da passiert? Oh, was ist denn da passiert? Äh, wir schon geriften nicht. Ich bin auf Klaus. Schreiber. Ey, wie haben wir das denn mit Zeit? Das hat 61 Sekunden. Ja, ich sammle doch schon wieder, Alter. Oh mein Gott, ich bin wieder groß. Ich hab das Gefühl, das hört gar nicht aus. Oh mein Gott. Boah, der Nackert dauert zu lange. Ich kipps hier mega für Geschüsse. Alter. Okay, 30 Sekunden. Schnell, 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 schnell. Komm, sammeln auf den letzten Shit. Mach ich doch. Ich muss das, muss ich hier. Komm, hol ihn. Da oben auf dem Schild ist, war ich, Mann. Schwing nicht schon rüber. Schnell, Lukas. 16 Sekunden. Wo? Ah, da. Oh, Havi, hier, Mann. Boom. Jawoll, Alter, hast du viel zu lange. Ich wusste nicht mal, dass man da hoch kann. Ich auch nicht. Kannst du P9 empfehlen? Alter, schnappt er sie mir weg, Alter, wo ich mich grad entscheiden wollte. Jö, ich hab die halt, meine Munition. Drei ist da. Äh, ich glaub auch, hast du mehr Kontrolle, aber gut 90 hat auch mega kranke Feuerwaffe. Okay, ich steht jetzt, Chitamanichstein und so, ist erst ab Stufen 19 verfügbar. Haben die jetzt geändert? Echt? Ich dachte, ich hätte ihn. Ja, Juli. In der Ewigkeit ist die Stufe 9. Und jetzt wollen wir das freigeschaltet? Ja, das kann sein. Plager Home. Aber wir sind noch nicht mal Stufe 9 her, was haben wir jetzt freigeschaltet? Ach, keine Ahnung. Heidung, Gerrit. Hast du irgendwas besonders freigeschaltet mit Stufe 8? Nein, na, ne, das ist auch nichts. Oh, okay. Oh, er macht Rolle? Oh, die sind doch krank, Alter. Ja, Hauptsache fett ist der Panzerung, aber der kann trotzdem Rollen. Geil, ne? Können alles, Mann. Das sieht so scheiße aus, wenn man dann weiter schlägt. Warum lässt du mich so scheiße aufbauen, weil der Ball hat den einfach rum? Äh, will dir helfen? Ah, ich verstehe nie wieder. Ah, war runtergefallen. Junge, wer schmeißt? Ich sehe nicht mal, wie du das schmeißen musst. Plopp da einfach auf die Hände. Ist auf einmal da. Ist auf einmal kommt der Schiff. Ey. Oh, fuck. Ruf doch mal. Ah, bloß nicht Hilfe. Oh, ich sehe nicht, dass ich gerade habe. Du bist Hilfe. Oh, mein Gott, war das knapp. Ah, ist unheimlich knapp. Hm, pude Klau wieder. Gut. Mann, ich habe auch so eine Scheiß-Sekundär-Waffe gerade. Boom. Passt du das? Alta, Labadala. Bestimmt nicht nur Galate. Der war doch noch nicht mal getransert, oder? Ich weiß nicht, ich habe mir selber da was zu tun. Ah, ehrlich. Ah, ich will die AUG und dabei. Oh, nur Kopfschüsse und Nahkampf. Hier ist eine Piste, oder? Nur Kopfschüsse, was? Oh, die AUG. Ich liebe sie. BSI, lieber 50. Kennst du die BSI? Was ist das? Ja, die Pistole. Hör, hier gibt es ja in der Kiste, kann man alle Spieler wiederbeleben. Da wird es bei mir ausgegraut. Ja, weil keiner tot ist. Ging das schon immer? Na ja. So, dann muss man erstmal zur Kiste hin, oder? Ja. Und du musst das Geld haben. Ja, 1000 Dollar. Du kannst ja anhitten und dann den letzten Finisher geben. Nee, darf man nicht. Crank. Na ja, muss es schon geben. Weil Kürfer schütteln die nie. Ich dachte, man kann die so ein bisschen anhitten und dann so diesen Finisher hoch. Aber gut, ne? Ach, was? Sind ja auch im Ungegen geraten? Das stimmt, ne? Aber ich glaube, diese Sekundärwaffe ist gar nicht so schlecht jetzt für die Mission. und den einen mit dem Fühlschrank. Ey, komm her. Ich habe mich gebrochen. Warte, komm her. Komm, komm her, komm her. Komm, komm, komm her. Komm, komm, komm her. Ich verlinke dich unter die Erde. Prost, ey. So ein Auto. Boom. Kennst du diese Sekundärwaffe? Das ist ja kleine Schafsitzel. Ich bin ein Gewehr. Das ist nur eine Pistole oder nicht? Ja, ja. Ich flieg damit mal an. Ich auch nicht. Richtig krass hab ich gerade. Ey, gut. Ich war im Zorn, weil ich im Zorn nicht bin. Immun, immun. Geil, weil ich alles nicht geschliff bin. Geil, ein Stück. Ey. Oh, chill doch mal. Hey Junge, ich krieg keinen down. Ich geh selber jetzt down. Ich bin so weiß die ganze Zeit. Komm, zeig mal den Kopf. Boom. Ah, scheiße, ich muss absteuern. Aber jetzt wollen wir. Komm mal. Juck mal da. Nein. Wie soll man den gepanzerten Alter? Der Mega-crank. Nee. Den lege ich mich nicht an. Tschüss. Bist du gezwungen, Headshot zu geben? Sonst kannst du nicht nachkampf gehen. Naja, bei dem musst du zehn Headshots musst du den geben. Oh, was geht denn da? Hey Junge, ich treffe mich mit diesem fucking Waffe, man. Ich will sterben. Boom. Ach, das Arsch noch nieder. Mach dich klar. Ah, wir helfen. Oh, ich geh rein. Oh mein Gott, ich sterbe. Nein, weg hier. Ja, ist Wasser rein. Schnell, schwimmst, schwimmst. Oh mein Gott, ich schwimmst. Ey, wer... Welchen Wasser ich glaube? Müssen wir hier schwimmen? Bisschen. Bisschen. Hab den. Ich will sterben. Wasser. Wasser. Geht nicht klar, man. Oh. Boop. Ey, Luca, zieh die einfach runter. Ja, aber ich weiß, die ganze Zeit nachkampf weiter, ist mir egal. Oh, wir finden das nicht. Was? Hör dich nicht weiter! Hm! 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 Oh mein Gott, sind wir gerippt hier in dieser Herausforderung. Äh, ich will erstmal noch sekundären Waffe, bitte. Hm, die scheiße, die will ich durch. Ja, auch eigentlich schon, aber wenn man damit noch Hedge mitmachen muss, ist das wieder... Mach dir gut schaden, ich weiß nicht. Sonst, dass jetzt nicht ausbreiten werden müssen. Das war dann abkaufen. Man kann nicht mehr als drei haben, oder? Nee. Korrig. Doch, vier. Da war! Ah, ich glaube, wir einen Booster drin haben, oder? Dann muss der auch irgendwie bearbeiten. Hast du einen Booster drin, oder ich auch? Äh, weißt du, ich habe mir dieselben. Bei mir ist voll. Verdammt. Ist das diese Einmal-Booster? Nee, der Dings, diese Booster mit schneller wiederbeleben und eine Ausrüstung mehr schlagen und schnellerer Nahkampf oder so. Das muss ich mal gleich ändern. Boom! Was ist unser... ach, der wird's machen. Oh! Schaden bekommen! Oh! Okay, der jetzt gekonnt hat. Tschüss! Habt ihr, habt ihr. Was ist denn das für eine Waffe, die der da hatte? Ich kann's, die kommt ab. Meins! Verdamm. Juki! Ey, die auge ist so nice. Oh, den muss ich gehen. Meinst du, man kann so, wenn man dem Gunpanzer so Schaden reingedrückt hat, dann in den Nahkampf gehen? Oder geht das immer noch nicht? Nein, du musst immer auch hier den Helm wegschießen wie damals. Ah. Oh fuck. Oh, der wird rippen! Der wird rippen! Der geht los! Okay. Oh fuck. Die Erschelterne hat mich doch gekonnt. Komm her! Ich kann nicht runterziehen! Hilfe! Und das Wasser! Geht ab! Oh! Die fuck hat mir den Schaden gedrückt! Oh, ich spiele auch nicht! Oh mein Gott! Nein! Nein! Wo bist du? Nein! 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 Oh mein Gott! Ich war da in einem Zweikampf verwickelt, wo ich schon grau war. Und das war schon bis Ende. Ja. Das habe ich gesehen. Scheiße, ich habe aber auch vergessen, um die Mystic-Fähigkeit zu kaufen. Ich hatte, aber ich vergesse sie einzusetzen. Ich denke mal so, ja, das schaffen wir schon. Muss ich jetzt nicht mehr verbrauchen. Ja, ja. Ja, ja. Boah. Direkt noch, Alter. Boah. Boah. Hast du auch viel auf? Jetzt kann ich nicht verprügeln. Komm her. Oh, hinterher. Komm, ich habe nicht verraten. Wie geht das? Das hat sie nicht verraten. Ich habe nicht verraten, sondern auch nicht verraten. Ja, das ist so. Das ist ein Zeug bei mir. Gut. Gut. Ah nice. Ah nice. Okay. Granade. Nice. Hey, give me a pass. Oh. Krass. Mhm. Mhm. Was? Was behauptest du hier, Alter? Pass auf. Ja, zack dir. Was machst du? Ja, ich will mir jetzt noch einen. Warum? Hast du jetzt einfach eingesetzt? Ich hab so viel Geld. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld, Mann. Komm, Alter. Lass in der Nähe von der Kiste bleiben, dann können wir direkt nochmals in den Kauf. Ach, hier sind's wieder, die sie sind. Echt? Ich bin wieder in was. Ich kann jetzt was anderes sagen. Oh, was ist alles denn? Ja, genau. Was ist das für diesen Kampf, den ich mache, Alter? Komm, ne. Ich will mal sehen. . Jaja. Wurde. Alles, Dier. Komm her, komm her. Wurde. Äh. Hast du auch erst geworfen? Ja. Ich auch. Du hast hier verschwunden. das stand in der ewigkeit sport bei k.o. das ist ja das ist wenn ich werben und dann spawnen die in der ewigkeit. aber das hat ja nichts mit unserem unverflugverzüglichen. Okay, das ist ein Klamotor. Das ist die Klamotor. Wow, wow. Komm mal. Wow, 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 wow. Oh, 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 wir können sterben. Wir müssen die umpillen. Spat. Kilio. Kilio. Nice. Oh, packe. Oh, immer sehe ich geil. Was ist los? Äh, wäre jetzt aber gestorben? Oder machst du das? Es ist egal wie viele wir von diesen kleinen da umbringen. Wir müssen die umpillen. Ah ja, nimmst du die Zugehörungen. Nein, jetzt hab ich da wieder im Wasser gepumpt. Alter, hast du den letzten? Ich kippe der Papa. Hör mal. Hör mal. Oder den Handwerfer oder sowas. Boah, ich hab mir Angst, dass du künstler. Nee, das. Danke. Na, würde so leid. Nice. Oh man, nur ein Stern. Wir sind ja heute noch gestorben. Boah. Ja, stimmt. Ja, gut. Ich denke mir, das war's wieder mit unserer Aufnahme. 19 Minuten rübergebracht. Ja, gut. Kann man besser machen. Aber vielleicht wird's auch nächstes Mal, ne? Tschüss. 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 Tschüss.